Irgendwas ist doch immer. Also egal, wer da war, 5000 Leute, das ist schon echt eine Ansage. Ich wollte kurz noch was sagen, du hast gesagt, aktuelle Staffel 17, du musst überlegen, das läuft also seit 17 Jahren, das heißt, die Leute, die man jetzt womöglich in die Shows kommen sieht langsam, sind Kinder, Kinder, Quatsch, sind Menschen, Jugendliche oder was auch immer, die zur ersten Staffel noch nicht mal gelebt haben. Richtig, die kennen den ersten Sieger noch gar nicht so richtig. Und wahrscheinlich kennen die nicht mal Dieter Molen. Da soll so ein böser Mann sein. Mehr dazu erfahrt ihr in der 25. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan.